Untertitelung des ZDF, 2020 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 der ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind hier am Königsbund zu Mömer, wo wir Christfeier für den dritten Alter haben, für alle guten Leute, die in der Gemeinde wohnen, ab 65 Jahren. Wir sind auch gemeldet, mit einer Unzöl von 300 Leuten, das ist schon relativ viel, und ich habe gesehen, wie schön der Saal hier gerichtet, also am Königsbund, und ich muss sagen, dass das ein exzellent Erbisch, die hier geleistet wird, von allen Göttern, den Leuten, die mich da bewirkt haben. Ich muss sagen, wir kriegen hier noch ein super Menü, das die Leute gut verwenden, mit einer Zopp, und wir nehmen hier noch ein Supreme de Voleil, und natürlich ein traditionelles Büsch als Dessert. Und die Leute werden schon für das Racken losgehen, und ich freue mich richtig, wenn man die Haube im Flotten da zu verbringen. Wir haben eine Animation, da gibt es die Musik, die Rolgierer an dieser Mariotto, die für eine gute Stimmung suchen, und dann hoffen wir, dass die Leute an allen Göttern auch die Tanzpiste sehen. Da will ich aber auch noch sagen, dass wir ab Göttern ein neuer Burgemeester haben, der Lügfeller, den dann hier offiziell rührt wird, dann hier für die Leute alle Göttern sprechen, und ich begrüße das auch ganz, und dann hoffen wir, dass wir wirklich es super noch mit dem hier verbringen. Leifleit, das ist ein ganz großes Eier für mich als neuer Burgemeester, ob der Christfeier vom dritten Alter hier vier Monate zu stehen. Das ist nicht mein Eich Christfeier für den dritten Alter, ich denke, es wird mein 20 oder mein 21es sein, wird das eben die Eier als Burgemeester, das wird dann aber schon einen ganz speziellen Moment für mich. Es ist so, dass wir mit ganz viel Eier, mit ganz viel Demut, bei Rapport zum Gilles, zum Gilles Roth, den auch da nur nach hier hinabkommen, wo ich froh, dass sie nicht mehr schmengen. Der Gilles hat mit seiner Äquipe die Gemeinde zu dem gemacht, weil die Gemeinde hau das, dafür, also ein ganz großes Eier für Gilles, die Gemeinde hier können weiterzufeiern. Wir haben an der Äquipe zusammen mit Roger und Marcel eine lange Zeit exzellent zusammengearbeitet, dass sie noch mit dem Schäfer, wo wir los sind, das ist immens flott, so wie wir mit Francine, mit Roger, mit dem E. Pusch, die gestern haben wir mit mir assermontiert. Also ich würde sagen, ja, gestern Morgen wird die Assermontation, damit es halt wird direkt Gemeinde und dort für die Gemeinde wird das Budget. Und das ist dann, ja, wie soll ich sagen, das ist die Gemeinde, das ist nicht immer der einfachste Gemeinde, weil das ist traditionell die Gemeinde von der Opposition, aber die Majorität nicht derselbe. Ich würde sagen, dass die Diskussionen gestern, auch wenn sie ein bisschen kontrovers waren, dass die Diskussionen ganz sachlich und ganz konstruktiv gefordert sind. Und dafür sind ich eigentlich auch ganz froh, dass alle Parteien hart hei sind. Und ich würde auch von diesem Tag erzählen, dass wir die Diskussionen gestern, was meine nächste Gemeinde hat, werden ich gefordert, und dass die Diskussionen ganz sachlich und gut gefordert sind. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass die Gilder nur noch kennt. Ja, das ist für uns ein bisschen mit einem Tränen zu lernen und auch mit einem Lachen zu lernen, weil wir sind auf der einen Seite natürlich schon froh, dass den Finanzminister gibt, das ist eine schwierige Zeit für das Land. Auf der anderen Seite, wenn wir lange heutzutage zusammen geschafft haben, wenn wir uns gut kennen, das wird dann noch ein bisschen mit einem Tränen am Ende, wo ihn da zieht. Wenn ich die Gemeinde beschreibe, dann kenne ich es ja so, wir sind jung als Gemeinde, dynamisch, liebens Frau, nachhaltig. Und der Journalist hat mich gefragt, wie ich das Gemeinde beschreibe. Und wenn ich nicht gesagt habe, wir sind jung, dynamisch, liebens Frau, nachhaltig, wie ich schon gesagt habe, wir wären ein familienfreundliches Gemeinde, das sich dem Wandel von der Gesellschaft konstant aufpasst, an dem ich probiert habe, für jede Reine attraktiv zu sein, für die Jungen, für die nicht so jung, für die Lütze, für die nicht Lütze, wo ja der kultische Journalist, man hat gesagt, das hat ja schon, wie wenn er die größte Schlafgemeinde am Land wird. Ja, ich bin es nicht aufgeregt, ich habe gesagt, also der Mama-Gemengen kann ich auch ganz vieles reprocheieren, ich kann in der Mama-Gemengen nicht reprocheieren, dass wir eigentlich Schlafgemeinde sind, wir machen ganz viel, ich komme auch nicht so viel auf Twitter, wenn wir uns in diesem Moment laufen, die heute gesehen, das Hüchse, den wir um Christmacht, der letzten Weekend hatten ganz viel von ich, die heute am Saal sind, hatte ich auch um Christmacht, der letzten Weekend gesehen, wir haben die Eispiste, ja, wir haben das ja nicht, das ist die Idee, eine Eispiste zu machen, einfach, wir hatten die letzte Woche über 3.000 Kanne auf der Eispiste, das hat das Flottfeder gesehen, dafür werden wir auch in der Richtung weiter schaffen, wir sind ein Gemengen von über 11.000 Abwohnern, wir sind ein Gemengen von über 11.000 Abwohnern, einfach, weil bleibt das aber vielleicht interessant, von der 4.000 Abwohnern-Gemengen wohnen zu kommen, wir hatten eine kleine Staufe Projekte, da das ganz richtig ist, das war Covid-bedingt, das war auch durch die verschiedenen internationalen Krisen bedingt, die werden, wir haben vieles hier unten, aber wir werden auch in der Richtung weiterfahren, dass wir ganz vieles am Lauf von dem nächsten meint, am Lauf von dem nächsten Jahr, am Anfang von dem Jahr, da nur werden wir nachweigen, sie haben das, die haben gesehen, wie die hier herkommen sind, sie haben das auch in der Musikshow, wo wir über 700 abschreiben können, die werden gesehen, dass das von der Tärkst, das das ganz schön ist, dass die Entree auch ganz schön ist, dass wir Synergie in Tischentäne gebeuren machen, sie haben das als Neu-Maison-Relais, die wir haben, sie haben das als Piscine zum Beispiel, die wir am Lauf von nächstem Schuljahr hoffen, an Betrieb zu hören, und was an den Eichstallin, ja, das ist da ja, dass du doch heisch Funktionements kriegst, aber wir stehen aber dazu, dass es ein Schulpiscin an den Eichstallin, aber auch ein Piscin für als Vereine, an der Familiekommission, wird sie schon da mitmachen, für auch Kuren zu organisieren, für die Kleinen, für die Papier, aber auch für alte Aquagym-Kuren oder Äner-Kuren, was soll gemerkt werden. Wenn wir gucken, was wir probieren zu machen, an den nächsten Jahr, wir werden für drei Wohnungen, beim SIPA, hoffen wir, dass wir die können abweilen, da sind wir mehr im größten Mond an der Gesellschaft, wie so betreut wurden, dann schauen wir das doch richtig, dass die Leute nicht unbedingt bis zum ersten Moment an ihrem Haus bleiben wollen, wenn sie dann so betreut wurden, sie müssen aber auch von den Dengstern, von einem SIPA profitieren, gibt die Leute eine gewisse Sicherheit, an Alter, an die vier Jahre ist wichtig, dass dieses Projekt realisiert wird, wir sind im Moment, und ich habe auch mit einem Projekt, von einem privaten Promoteur befasst, auf der Körb, und wenn der Körb rauf wird, auf der linken Seite, zwischen den Autos gerecht, die da an den Busch, wir haben immer gesagt, von dem Umweltministerium auch verstanden, dass das ein Projekt betreut wurde, da werden wir die ganz positiv begleiten, das schenkt an die Richtung zu gehen, aber wir werden das begleiten, weil wir einfach der Meinung sind, dass das einfach ein wichtiger Punkt an unserer Gesellschaft, das ist ein größter Mond, an unserer Gesellschaft, und dann hat er gesehen, wir haben auch ein bisschen, die Leute am SIPA, am Brill, hat er gesehen, dass die Leute so nicht mehr, was man da für einen Käfig macht, über den Sportsterren, den du hast, wo immer Fußball gespielt geht, ich fand das eine gute Idee, Roger hat zu Strasse so ein Projekt gesehen, aber wir hatten dann ein Problem, dass er wirklich viele Leute spazieren, noch viele Leute aus dem SIPA spazieren, und dann hat Fußball gespielt, dann passt das nicht immer, dass jeder in den einen, ob den anderen ab, und dann schon mal viel kommt, dass er einen Ball, ja, am Gesicht krut tut, oder so sehr ernst, es wäre dann nicht so glücklich ausgehend, und es ist schon richtig, dass wir da einen Schutz drüber bauen, als Familienkommission, die das hier organisiert, heute mit Simon Frank, also es sind 300 Leute hier, man hat dann auch nicht so viele Leute, ob eine Feier, ob eine Christfeier für den dritten Alter, durch Simon dir an dieser Equipe, ganz große Merse, dass schon die zwei Christfeier, die er organisiert, nachdem sie das am SIPA organisiert, und wir haben ja auf der Bühne, das ist nach Platz, wenn man bis einmal, mehr wie 300 Leute, und wenn man den Saal voll hat, dann werden wir aufhören, haben ja auf der Bühne Leute, hinsetzen, die können dich erinnern, viele von euch kennen, denn das ist das Kirmes, nachdem man zu holzen wäre, das wäre doch immer so, das wäre doch immer so, dass ein Rei Leute am Saal sitzen, und ein Rei Leute auf der Bühne, also, dass man eigentlich doch nicht bange ist, sondern dass man da, nach Werten, Menschenkette fanden, auf alle Fall, hier sind wir eine große Merse, für die Organisation, für die Teilen, und da werden wir auch zusammen, mit der Familienkommission gucken, ein Aktionsplan für ELA-Leid, wobei wir auch nicht richtig definieren, was ELA-Leid sind, ein Aktionsplan für ELA-Leid zu machen, das kann nicht über den Wurko, und das kann nicht über den Munko, wo wir einfach wollen, spezifisch Maßnahmen, für die ELA-Leid, dann an der einzelnen Menge, auffeiern, aber wir werden auch, das Projekt Senior Plus revitalisieren, wir hätten das einmal gemacht, das hat am Anfang, das hat ganz viel zurückgezogen, das Fleisch ein bisschen angeschläft, aber wir wollen das aber revitalisieren, das ist ein Projekt mit ELA-Leid, die bei ELA-Leid heimgibt, die ELA-Leid bei ihren administrativen Viergang, notamment von der Massen-Dépendance, oder anderen Sachen, an dem Bereich geht, an der Jürg, die ELA-Leid helft, zu kommen, für gucken zu kommen, wie sie vielleicht das Haus können, Altersgerecht anrichten, dass sie mir lernen können, sich an ihrem Haus wohlspielen. Boah, wir sind ein Gemengen, wir sind an einer Zeit von internationalen Krisen, von internationalen Krisen, wo eng und jahrelang sich, und nehrreit, die aber auch zur nationalen Krise feiert, das am Moment, an verschiedenen Bereichen, nicht so einfach, hier am Land, dafür sind wir, einseitlich als Gemengen, als Funktion, dorthin, für Leute bei ihnen hinzubringen, oder für die Leidmöglichkeit, die bei ihnen hinzukommen, dafür sind wir froh, wenn wir so feiern, wie das hier können organisieren, dafür sind wir froh, wenn wir den Wintermünder können, dafür sind wir froh, wenn wir als Sommeraktivitäten können, dafür sind wir froh, dass wir Klubsen, wo ganz viele Leute angeschrieben sind, dafür sind wir auch froh, dass wir eine Maison-Citoyen haben, die einfach ein Wunderbärerbricht, wenn die Francine gut die Hand drüber, die ein Wunderbärerbricht machen, an die Leid bei ihnen hinbringen, an alles, es ist einfach wichtig, dass wir ein Gemengen wollen, wo jeder in sich wohlspürt, wir sind eine große Kommunität, hier sind ein ganz wichtiger Bestandteil von der Kommunität, und dafür ist es wichtig, dass da Menschen geht, um Aktivitäten zu gehen, die sich interessieren. Ich habe das am Anfang gesagt, es sind, dass das ein großes Eier für mich, am Sonntag, auch immer an der Schmerz, mit ganz viel Demut, dass sich die Gemengen haben, nur um Gilles-Cannibau halten, und es ist ein Schroo, dass der Gilles auch loh, entretend kommen, also ich habe dich gesagt, dass den Gilles, du musst sagen, du hast die Gemengen vom 1. Januar 2000 bis zum Laufbärlfeier an 20 Jahren gefordert, zusammen mit der Äquip, die immer hat, mit der zusammengeschafft, zu wissen, die Gemengen zu dem Gemäch, wird die Gemengen auch das, ich finde, hier drüge so, das ist, hier wäre es hier eins, also da müssen wir dann im Lachen, dass die Funktionen können sie verholen, das können sie verholen, dann haben wir trotzdem schwieriger Zeit, dass wir auch mal den Trainen nehmen, weil wir über all die Jahre zusammen an der Äquip da die Menschen flott gemacht haben, und auf alle Fall, du bist immer herzlich willkommen bei eis, ich bin froh, ich bin froh, wenn du dabei bist, wenn du bei eisig willst, an die vier, ja, was soll ich sagen, wir haben das verflott, wie wir das zusammen gemacht haben, und ich weiß, dass du auch ganz, ganz gerne hierher könntest, aber man dann hat die Chance und dann besuchst du den dritten Ort dafür, dass du das in diesem Jahr wärmerst, letztes Jahr wäre es da eine kleine Malheur, Malheur geschieht, in allen Fallen, Gilles, dir eine ganz große Merci, dass du hierherherkommst, und dass du eigentlich, du weißt, wie verbunden ist, der Mama Gemengen, der Mama Gemengen abbasst. Dankeschön, gebe ich euch so, wir sind auf dem zweiten Advent, wir kommen an eine Zeit ran, wo das Mensch geht, heute mehr an der Familie zu sehen, wo das Zeit tut, ihr Kammer zu sehen, ihr Bekant und zu sehen, ich gebe euch am nun von der Mama Gemengen, am nun schon vom Schäferrat, am nun vom Gemengenrat, eine ganz schöne Zeit wünschen, die ihr könnt, dass da auch ein ruhiger Moment da fand, zu sehen an ihrer Familie, und ich gebe euch auch ganz schön Feier, die ich ein ganz schönes Jahr wünsche, Merci vielmals. Hallo, Herrmann. Hallo, Herrmann. Hallo. Ah, merci. Applaus 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 Alleluia, Alleluia, Here we come, Alleluia, Alleluia, Celebrate, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia.